Messe aus dem Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil, heute mal wieder auf meinem wunderschönen kleinen Account. Und wie ihr sehen könnt, auch bei mir ist nun endlich Hunter. Die Krise. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich will jedes Mal Hammer sagen. Hunter. Hunter. Hunter HD. Ich find den mega cool. Optisch. Das hab ich ja gar nicht gesehen. Fresh. Was haben wir denn heute für Missionen? Ich find's cool, wie sie anfangen, so mit den Lichtern vorne zu spielen. Das Ganze so ein bisschen aggressiver wirken zu lassen. Das ist mega cool. Control Points müssen wir spielen. Reparaturkisten sammeln und Team Death mit Schaden. Ach, langweilig. Aber okay. Dann machen wir mal Control Points. Und fangen dann auch an, ein bisschen zu druggen. Es sind wieder mal spezielle Aufgaben mit dabei. Hier für den Frauentag. Da muss ein bisschen was gemacht werden, wie ihr sehen könnt. Och. Schreckig. Das ist ja so fast ein Fulltime-Job, ne? Immer diese ganzen Aufgaben zu machen. Ei, 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 ei. Da denkst du dir, du hast jetzt langsam Ruhe. Never, ever. Ich werde dieses Mal, das hab ich mir jetzt schon so, ähm, für mich beschlossen. Ja, wie das aussieht. Alter Falter, ey. Boah. Mega. Okay. Naja. Wie dem auch sei. Jedenfalls, ich hab für mich, ähm, beschlossen, dass ich, ähm, diesen Battle Pass jetzt nicht, äh, bis 50 durchspielen will. Ähm, einfach auch, weil bei mir momentan die Zeit ein bisschen knapper ist. Und, ähm, da will ich nicht hier auf Teufel komm raus einfach mal spielen ohne Ende, ja. Bis ich dann nur 50 bin, ähm, von der Stufe her, nicht von Malta. Deswegen, ja, ich guck einfach mal, bis zu welcher Stufe ich komme und dann ist es halt so, wie es ist, ne? Ähm, ich hab jetzt angefangen oder beziehungsweise dann irgendwann, ne, gucken wir mal, wann das der Fall sein wird. Aber jedenfalls, denk ich mir, jo, ne, wir können dann auf den, äh, großen Account gehen und dann dort wieder anfangen, einen Container zu sammeln. Und dann ein cooles Opening, äh, zu machen, wenn sich dann dort wieder sehr, sehr viele Container, äh, gesammelt haben. So. Oh, Alter. Junge, 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 ey. Der will aber auch nicht draufgehen, ne? Überhaupt nicht. Alter. Nun komm, irgendwann, irgendwann. Holy moly. Holy. Ich frage mich, wie sie, jetzt wo ich hier Mammut sehe, ich frage mich, wie Mammut dann als HD-Variante aussieht. Aber ich find's cool, ey. Ey, wie das, mhm. Richtig, richtig cool. Richtig geil. Wozu brauchst du die anderen Skins noch, ne? Die HD-Skins sind bombastisch und sie sind for free. Alter. Ist das geil. Also da muss ich wirklich mal TO loben, ne? Die Entwicklung, die wir hier, äh, geboten bekommen, das ist wirklich, 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 ähm, richtig toll. Ja, muss man einfach mal so sagen. Gefällt mir, diese ganzen grafischen Updates. Ah, perfekt. Ja, aber genau das meine ich hier vorne, die Lichter. Die sind halt jetzt schmaler so. Okay, gut, davor waren sie jetzt auch nicht unbedingt, ne? Rund oder so. Aber dadurch, dass sie halt so schmal sind, aber länglich mit, und halt so ein bisschen ja um die Ecke gehen. Ah, ich finde, das hat so einen, so einen, so einen leicht aggressiven Touch. Gefällt mir. Finde ich richtig gut. Das hat mir auch schon bei, ähm, Hornets hat eh gefallen. Und hier bei Hunter sieht das auch sehr cool aus. Also, ja. Geil. Ja, und natürlich hier die, die Rückansicht des Panzers. Mmh. Mega, mega geil. Wäre lustig, wenn das, äh, rote Lichter wären, ne? Das wäre, das wäre noch so eine Sache. Ich hab, ich weiß nicht, in welchem Video ich das gesagt habe. Habe ich das überhaupt in dem Video erzählt? So, wenn man halt anfängt mit dem Spar, mit dem Spar. Mit ein paar Spielereien, so ein paar Animationen, ne? Und diesen ganzen Skins und so weiter. Das wäre cool, wenn du halt den Rückwärtsgang, äh, wenn du in den Rückwärtsgang gehst, dass dann die Lichter hinten auf einmal rot werden oder so, ne? Ähm, ja, das wäre, das wäre eine lustige Spielerei. Kann man ja mal machen, ne? Kann man ja mal machen. So. Ganz kurz, ganz kurz. Oh, schade. Der Lümmel wollte einfach nicht drauf gehen. Oh, Junge, Junge, Junge. Meine Güte. Er, weißt du, er ist so, er stellt sich schon so provokativ vor mich hin. So, ja, komm, kill mich bitte. Ich will aber den FuckFuck13, den wollte ich eigentlich killen. Ja, den Namen musste man mal hier an dieser Stelle aussprechen. Oh, fuck. Ähm, hab ich was vergessen. Ähm, ja, ist wahrscheinlich auch schon vorbei, aber trotzdem. Es gab noch eine weitere Person, die Geburtstag hatte. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich hab's vergessen, ich hab's vergessen. Ähm, ja, na, jetzt wo ich hier FuckFuck13 sehe, ey. Fällt mir das doch wieder ein. Ja, okay, wie dem auch sei. Äh, das wollte ich an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. So, ähm, und auch für alle anderen herzlichen Glückwunsch. Nachträglich, vorträglich und währenddessen, keine Ahnung. Äh, ja, na, okay, gut. Haben wir das jetzt geklärt für dieses Jahr. Und fürs Letzte alles wunderbar. Alright, alright, alright. So, dann können wir jetzt weitermachen im Text hier im Programm. Hallöchen, junge Dame. Zack, weg damit, Alter. Kannst mal ein bisschen Badewasser trinken gehen. Okay, also, mega cool. Ich mag, ich mag Hunter. Ich mag Hunter, ne? Geil, geil, geil. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht, aber hat was. Äh, ja, nächster Untersatz. Viking, hab ich gehört. Viking HD. Hm? Mega. So. Ah, ja, das wird toll, das wird toll. Ne, Wasp noch. Wobei man ja sagen muss, ähm, man könnte auch Titan demnächst HD, HDnisieren. Ja. Das wäre noch so eine Sache. Da hat man nämlich einen leichten Untersatz, einen mittleren Untersatz und einen schweren Untersatz. In einem wunderschönen HD-Skin. Ja, aber Viking darf man natürlich auch nicht vergessen. Ist ja auch ein sehr, sehr beliebter Untersatz. Und mit Donner. Sehr ekelhaft. Naja. Ich weiß jetzt gar nicht mal, was meine Aufgabe war hier in diesem Modus. Äh, hab ich voll vergessen. Ich bin einfach reingegangen. Aber irgendwas musste ich noch sammeln. Ich hab mir ja gar nicht so wirklich da die Mühe gemacht, mir das Ganze auch tatsächlich so durchzulesen. Es war einfach bla 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 bla. Und dann hast du es gleich wieder vergessen. Das ist das Einzige, was im Kopf geblieben ist. Ja, ja, ja. Ich muss in diesen Modus rein. Okay. Können wir doch irgendwie hinbekommen. Und dann war's das. Ähm, Junge, Junge, Junge. Hättest du nicht eigentlich dein, ähm, Dings aktivieren können, wenn man schon dabei ist? Oh, Junge, ey. Wie der nervt. Äh, äh, alles klar. Das ist, mein Schuss ging voll. Das hat man gesehen. Das ist, er ist an ihm explodiert, aber trotzdem kam da kein Schaden. Okay. Gut. Also nicht gut, aber, naja. Wenn's so ist, dann ist das so. Ha. In den letzten Sekunden. Das wird grauenvoll. Hier nochmal jetzt irgendwie, ähm, Ja, hier nochmal irgendwie zu, äh, zu gewinnen. Also möglich, aber, äh, ja. Wir dürfen keinen einzigen Punkt jetzt abgeben. Also auch bei dem Kollegen hier. Jawohl. Nice, well played. 13, 13. Geht's noch auf die 14? Oh, 13, 12. Auch in Ordnung. Ja, geil. Ganz, 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 ganz knapper Sieg. 2.200 EP wieder, ne? Oh mein Gott. Ah, ey. Das schreit schon wieder nach Level-Ups hier, ne? Aber ganz, ganz hart schreit das. So, oh, cool. Ich muss das einfach nur beenden. Ja, na dann. Super. Also Team Deathmatch, da muss doch ein bisschen geballert werden, was den Schaden angeht. Ja, ne? Das können wir auch noch machen. Wundervoll. Äh, Team Deathmatch, da haben wir's. Ja, machen wir das doch mal. Holen wir uns doch noch gleich den nächsten Container hier ab. 10 Container schon hier. Meine Güte. Das geht ja, du. Geht ja ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Alright, alright, alright. So, spezielle Mission weiß ich gar nicht. Aber zum Glück, dieses Mal nur 25.000 Punkte sammeln statt 30.000. Aber trotz alledem, ey. Auch für 25.000 muss man wieder spielen, 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 spielen. Und wenn man nicht unbedingt die Zeit hat, dann ist es halt echt, äh, anstrengend, solche Aufgaben zu erfüllen. Natürlich, klar, wenn man die Zeit hat, dann, ey, fängt schon wieder gut an hier. Ja, wenn man die Zeit hat, dann geht's natürlich, klar. Aber, ja, wenn man mal gucken muss, dann, ähm, alter, ist ja mal ganz langsam, langsam, aber sicher, ist, ist in Ordnung hier, ist in Ordnung, okay? Ist in Ordnung, ich hab's verstanden. Haben wir hier Donnerschutz? Ja, so ein bisschen. Ganz klein, ein bisschen haben wir's. Äh, schwupps. Alright, dann nehmen wir's. Dann nehmen wir Donnerschutz mit rein, ne? Irgendwann ist auch mal gut. 20 Prozent ist nicht die Welt, aber wenigstens so ein bisschen kann man damit, äh, aushalten hier. Na, nicht wahr, mein Freund? Was meinst du, hä? Können wir das jetzt aushalten, ja? Meinst du, ist in Ordnung? Ja, ne, wie die hier alle mit schweren Untersätzen auch rumkammeln, ey. Alle haben Aufgaben machen. Aber gut, okay, ich mein mal, die 100 Kills oder wie viel auch immer man machen muss, das geht halt relativ schnell, ne? Also insofern, ähm, da kann man sich Zeit lassen. Ich spiel dann lieber mit, mit Hunter. Äh, wenn, wenn ich jetzt schon hier die, die Chance habe, Hunter HD. Junge, Junge, Junge. Äh, wenn ich schon die Chance habe, Hunter HD hier zu spielen, klar, dann nutze ich das doch aus. Ja, mega, mega, mega. Ist jetzt nicht unbedingt die geilste Schlacht hier. Vom Gearscore geht das? Holy moly, ey. 1900 hat der eine. Wie kann das überhaupt Spaß machen, mit so einem, mit so einem, wirklich mickrigen Gearscore auf dem Rang zu spielen? Jetzt mal ehrlich. Das muss doch echt wehtun. Ähm, ich mein mal, mir tut es weh mit, ähm, mir tut es weh mit, ähm, sieben Sachen auf dem großen Account zu spielen. Ey, der wird keinen Spaß haben. Der wird keinen Spaß haben, wenn es weiter so geht, ne? Ich hoffe, der hat jetzt einfach nur die Kombination für die Aufgabe mit reingenommen. Äh, was halt trotzdem, naja gut, klar, wenn du die Aufgabe machen musst, dann musst du die machen, ne? Aber, ey, ist ja gut, Leute. Ihr habt's verstanden. So viele mit schweren Untersätzen. Oh, come on. Äh, euer fucking Ernst, ey, von allen Seiten werde ich hier beschossen. Äh, hier ist eigentlich der Typ, das aufgesammelt. Der, äh, der Dings da, wie heißt das, äh, Titan hat der den, äh, Overdrive-Drug-Dings aufgesammelt. Scheint wohl so. Denk ich mal. Sieht ganz danach aus. Moin, moin. So, weg damit. Darfst du ihn nicht benutzen. Wow. Lol. Ah. Hä? Hä? Wo war der, wo war der Schaden bei der Hälfte meiner Schüsse, die ich abgefeuert habe? Der wurde, der wurde rot angezeigt, aber irgendwie hat der Damage mal wieder gefehlt. Hallo? Was soll denn das? Ich muss Schaden machen. Schaden, ne? Weißt du, was das ist? Du, du, du schießt da auf die Dinger hier rauf, auf die Gegner. Und dann, äh, ja, in der Hoffnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, vielleicht sollte ich mir sowas mal holen für Schadensaufgaben. Hol ich mir das Ding MK6, MK7, whatever, mit einer Variation und dann lasse ich jeden verbrennen. Und mache halt ordentlich Schaden, ey. Oh Gott, ey. Was willst du denn da noch machen? Bei solchen Leuten, ey. Wenn sie da ankommen, ne? Nice. Oh shit. Ja gut, aber den krieg ich noch. Den krieg ich, du. Der, der kann nix, du. Der, der ist, der ist futsch. Ja, zack, weg da. Aber der, eine Kollege, äh, der ist, der ist mega, mega Abfuck. Aber richtiger Abfuck ist der. Come on! Alter! Kann doch nicht dein Ernst sein. Oh, die haben, ey, Lippenstift. Okay. Ähm. Ah, ich wollte gerade sagen, das ist ein hübsches Bild. Ich dachte, das sind Raketen, ne? Das ist Lippenstift. Manche würden sagen, wo ist der Unterschied? Ähm. Ach, Leute, Leute, Leute. Ey. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Du magst mich nicht. Du schießt jetzt die ganze Zeit auf mich, weil du, weil du weißt, was du auch immer für Probleme hast. Keine Ahnung. Ach. Ach, Mann, ey. Ich könnte heulen, ich könnte heulen. Wie ist denn der überhaupt unterwegs hier? Äh, äh, fünf Kills nur? Was? Ich dachte, der macht mehr. Also, sieht nett aus. Ey, 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 ey. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Ich brauche M7-Ausrüstung. Äh, MK7. Ich brauch's langsam, ey. Ich fühl mich nicht mehr gut genug auf diesem Account. Aber für MK7 brauche ich natürlich auch noch ein paar Ränge, wenn ich mir das so holen will. Ja, wenn's halt natürlich, ähm, einfach nur nach... Ja, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Hab ich dich gefragt. Ja, natürlich willst du mich verarschen. Ah, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann doch nicht dein Ernst sein, du. Äh, alright. Hast du vielleicht Bock, da irgendwie mal wegzugehen oder so? Ne? Scheint nicht der Fall zu sein. Naja. Ich find's erstaunlich, dass wir aber trotzdem in Führung sind, ne? Ich trag jetzt nicht unbedingt allzu viel bei. Für den Sieg hier. Aber, naja, wenigstens ein bisschen. Ein bisschen mach ich hier schon. Alter, das kann... Ich brauch auch diese gottbeschissene Waffe. Regt mich zwar mega auf, aber... Wenn das Ding Schaden macht ohne Ende, ja, dann nehm ich das auch gerne. So ein Witz. So ein Witz. So, wow, beende nur 10 Matchmaking-Schlachten. Ja, das krieg ich ja hin. Okay, okay, okay. So, Leute, in dem Sinne macht das... Ach, das sind nur 75. Ja, okay, geht ja. Äh, ja. In dem Sinne, macht das für eine bessere Region, ist ja klar. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. Mal gucken, was wir dann so machen. Aber, ja. Haut rein. Und ich will... Ich will hier MK7-Sets sehen für Kristalle. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal loswerden. Ich möchte hier Kristall-Sets sehen. Da hol ich mir gerne, wenn da was Gutes dabei ist. Okay. Ja, jetzt aber. Macht das für eine bessere Region, ist ja klar. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil. All right. Und dann...